Die Geschichte hat der Name der Geschichte, ist Tomte Tummetot. Tomte Tummetot ist ein Name der Geschichte. Tomte Tummetot ist ein Name. Und die Geschichte beginnt nicht mit es war einmal. Die Geschichte ist jetzt. Nicht früher, nicht vor langer, langer Zeit. Jetzt. Okay? Jetzt, 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 nun, in diesem Moment, in diesem Moment ist es Nacht. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Es ist, es ist, in Canada. Es ist USA or in Amerika. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Tyler. Tyler. Es ist Nacht, ja? Es ist Nacht. Es gibt einen alten Bauernhof. Hier ist ein Bauernhof. Ein Bauernhof ist ein großes, großes Haus. Und an dem Haus, das ist der Bauernhof. Der Bauernhof ist ein großes, großes Haus. Und es gibt viele Tiere. Ja? Pferde, Kühe, Schafe. Der Bauernhof hat auch eine Scheune. Es ist ein großes Haus. Es hat ein, hier ist eine große, große Tür. Da sind Tiere drin, da ist eine Scheune. Vor dem Haus. Genau. Ja? Es ist ein Bauernhof. Ein alter Bauernhof. Ein sehr alter Bauernhof. Und alles auf dem Bauernhof schläft. Alles schläft. Die Tiere schlafen. Die Menschen schlafen. Der Bauernhof schläft. Ja? Alle schlafen. Alle, die im Bauernhof leben oder wohnen, alle, die hier wohnen, ja? Ich wohne in Erlangen. Alle, die hier wohnen, schlafen. Denn es ist Nacht. Der Bauernhof ist tief im Wald. In the middle of the woods. Richtig. Sehr gut. Er ist im Wald, ja? Tief im Wald ist der Bauernhof. Er ist tief... In einem dunklen, dunklen Wald. Es ist dunkel, denn es ist Nacht. Richtig. Tief in einem dunklen Wald. Und die Sterne, die Sterne funkeln. Die Sterne sind hell. Sie funkeln. Winkel. Richtig. Sehr gut, Tyler. Die Sterne funkeln am Himmel. Und es ist Winter. Und auf dem Boden und auf dem Bauernhof und auf den Bäumen ist Schnee. Richtig. Überall ist Schnee. Wie hier. Wir haben Schnee und hier gibt es auch Schnee. Überall ist Schnee. Schnee. Denn es ist Winter. Ja? Überall ist Schnee, denn es ist Winter. Und der Schnee leuchtet weiß. Der Schnee leuchtet... Was color? Leuchtet, ist es erst strahlt. Ja? Der Schnee leuchtet weiß. Er ist nicht grau oder gelb. Sehr, sehr weiß. Ja? Hellweiß. Und alle schlafen auf in dem Bauernhof. Ja? Alle schlafen. Kein Mensch. Was war nochmal Mensch? People. Human. Kein Mensch. Und kein Tier ist wach. Alle schlafen. Keiner ist wach. Ja? Alle schlafen. Alle. Außer. Außer. Bist du da vorne? Exakt. Sehr gut. Außer. Alle. Außer. Tomte. Tomte. Tomte Tomte Tod ist ein Wichtel. Tomte Tomte Tod ist hier. Ein Wichtel. Achtung! I know! Richtig, so! Das ist Tomte Tummel-Tort. Weihnachtsmann? Nein, ein Wichtel! I know! Ja? Richtig! Ein Wichtel? Nein, er ist nicht. Ah! Das ist die Nase! Das ist die Nase! Ja? Er hat eine rotes Mütze! Und vielleicht eine blaue Hose! So! Das ist Tomte Tummel-Tort. Tomte Tummel-Tort ist ein Wichtel. Und Tomte Tummel-Tort schläft nicht. Tomte Tummel-Tort ist wach. Tomte Tummel-Tort schläft am Tag. Nicht in der Nacht. In der Nacht in der Nacht ist Tomte Tummel-Tort wach. Tomte Tummel-Tort wohnt auf dem Bauernhof in der Scheune. In der Scheune. In der Scheune. Die Scheune ist in der Scheune ist Heu. Ja? Die Scheune ist Heu. Heu ist Heu. Heu ist Heu. So. Da wohnt Tomte Tummel-Tort. Tomte Tummel-Tort wohnt hier oben. Das hier ist der Dachboden. Er wohnt auf dem Dachboden. Das ist das Dach. Und hier ist der Dachboden. Und er wohnt auf er wohnt auf dem Dachboden in der Ecke. In einer Ecke. hier ist eine Ecke. Ja? Er wohnt auf dem Dachboden in einer Ecke. Und er kommt immer nachts aus der Scheune. Nur nachts. Nicht am Tag. Er kommt aus seinem Versteck. Das in der Ecke ist Tomtes Versteck. Er versteckt sich. Er versteckt sich vor den Menschen. In der Ecke ist sein Tomtes Versteck. Hier hat er eine Jacke. Er hat eine Jacke. Ja, das ist die Jacke hier. Das ist die Jacke. Das ist die Jacke. Das ist die Jacke. Sein Versteck. Sein Versteck ist in der Ecke. Er versteckt sich. Ja? Er versteckt sich. Er versteckt sich in der Ecke. Und Tomtes Tummetod ist alt. Sehr, sehr alt. Er ist uralt. Uralt. Uralt ist so wie die Dinosaurier waren. Uralt. Uralt. Tomtes Tummetod ist super alt. Sehr, 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 sehr alt. Ja? Er hat viele, viele hundert Winter in dem Bauernhof gelebt. Viele hundert Jahre. Ja? Und keiner, kein Mensch hat Tomte je gesehen. Kein Mensch. Aber alle Menschen, alle Menschen wissen, sie wissen, dass Tomte auf dem Bauernhof wohnt. Denn am Tag, am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen, gehen die Menschen aus dem Bauernhof und im Schnee sehen die Menschen ganz kleine Fußabtrecke. Fußabdrücke. Ja. Sie sehen Tomtes winzig kleine Fußabdrücke. Okay, hier muss man auf. Oh, Entschuldigung, das ist nicht richtig. Fußabdrücke. Sie sind winzig, winzig klein. Die Menschen, also ein Wichtel, ein Wichtel ist er so groß, vielleicht? Nein. So. So. Nein, so. So. Ja? Sie sehen die winzigen kleinen Fußabdrücke überall im Schnee. Und sie wissen, dass Tomte existiert. Sie wissen Tomte ist da, aber sie sehen Tomte nicht. schleicht. In der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. Er geht ganz leise. In der Nacht. Schleicht. Schleicht. Schleicht ist ganz leise gehen. Tomte schleicht aus der Scheune raus. Und er schleicht im Mondlicht. Hier ist der Mond. Und das Licht vom Mond ist das Mondlicht. Mond. Richtig. Er schleicht im Mondlicht über den Hof. Das ist der Bauernhof. Ein Hof ist vor dem Haus. Du. Vor dem Haus. Nicht auf dem Haus. Der Hof ist davor. Hier. The floor. Ja. Der Hof ist. The garden. Das. Pavement. 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 Like everything. The whole yard. Everything. The property. Ja? Der Hof ist alles. Er schleicht über den Hof. Und Tomte Tummetod passt auf den Hof auf. Ein Babysitter passt auf ein Baby auf. Ja? Tomte Tummetod passt auf den Bauernhof auf. Oh. Ja? Ja. Er passt auf. It watches over. Er passt auf, dass nichts passiert. Er passt auf, dass alles gut ist in dem Bauernhof. Und das ist mir auf passiert. Lappen. 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 Er passt auf. Ja? Und leise schleicht er von der Scheune in den Stall. Im Stall sind die Tiere. Im Stall. Da sind die Tiere und er schleicht in den Stall. Er schleicht zuerst in den Kuhstall. Zuerst geht er in den Kuhstall. Was ist eine Kuh? A-UH. Im Kuhstall sind die Kühe und die Kühe schlafen. Die Kühe schlafen. Im Kuhstall ist es dunkel und warm. Die Kühe schlafen und die Kühe muhen leise. Okay? Sie muhen leise. Aber leise. Sie muhen leise im Schlaf. Nicht laut. Die Kühe träumen. Träumen ist im Schlaf. Die Kühe träumen von Sommer und von der Wiese. Von dem Gras. Sie träumen von der Wiese. Und vom Sommer. Sie träumen von der Sonne. Von der warmen Sonne. Und... Das ist am Morgen. Das ist nicht in der Geschichte. Ja? Das ist nicht warm. Es ist Winter. Und die Kühe träumen vom Sommer. Tomte Tummetod geht zu den Kühen und sagt leise. Sch... Sch... Er sagt leise... Achtung. Sch... 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 Er sagt viele Winter und Sommer. Sch... Viele Winter und Sommer... Tyler, das ist jetzt die letzte Warnung. Hier bleiben. Viele Winter und Sommer sah ich, sah ich, kommen und gehen. Lasst die Tür zurück. Lasst die Tür zurück. Wo ist das? Sch... Kann ich das? Kann ich dich mal wieder... Oh. Und du sprichst das hier? Nein. No. Oh, okay. Geht in eine andere deutsche Klasse. Nein. Danke schön. Okay. Viele Winter und Sommer sah ich, kommen und gehen. Geduld. Geduld. Wenn du Geduld hast, wartest du, ohne zu schimpfen. Ja. Geduld ist... Wisst ihr, was das ist? Ja. Good. No. Geduld ist patience. Patience. Geduld. Der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Geduld. Richtig. Genau, zu der Kuh sagt er das. Tonte sagt, viele Winter und Sommer sah ich kommen und gehen. Geduld. Der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Denn Tiere mögen keinen Winter. Der Winter ist kalt. Ja? Er kann sehen, die Kuh will Sommer. Ja? Tiere wollen Sonne, nicht Schnee. Ja? Und er passt auf. Er passt auf die Tiere auf. Ja? Er ist nett zu den Tieren. Er sagt, der Sommer kommt. Oder was kommt vor Sommer? Der Frühling kommt. Ja? Der Frühling. Der Frühling. Der Frühling kommt. Der Frühling. Okay? Geduld. Der Frühling kommt. Dann trippelt. Bist du noch von den Ziegen? Die trippelt? Die kleinen Ziegen trippelt? Stimmt. Und der Wichtel, Tonte, Tummetot, trippelt in den nächsten Stall. Er trippelt in den Pferdestall. In dem Pferdestall sind? Pferde. Pferde. Richtig? Im Pferdestall sind Pferde. Wie sieht ein Pferd aus, wenn er schläft? Ich weiß nicht. Äh. Ein Horst. Ein Horst. Das Pferd schläft so auch? Ich weiß nicht. Wie schläft ein Pferd? Der Pferd hat eine Blut. Okay. Ihr wisst, es ist ein Pferd. Eine Kuh. Er geht in den Pferdestall. Und er sieht das Pferd und das Pferd schnaubt. Das Pferd mutt nicht. Das Pferd schnaubt leise. Schnauben ist so. Das Pferd schnaubt leise. Tomte schaut das Pferd an und sagt Viele Winter und Sommer sah ich kommen und gehen. Geduld. Der Frühling kommt. Bald gehst du auf die Wiese. Dann ging Tomte schleicht zum nächsten Stall. Und im nächsten Stall sind, was ist das denn? Cheap. Richtig. Sind. What? Wait, what? It looks like a turkey. Also bitte. Turkey. Die haben einen schwarzen, die haben einen schwarzen Kopf. So. Und ein Ohr. Und die haben Beine so. Ich weiß nicht. Das ist mein Schaf. Er ging in den Schafstall. Und im Schafstall träumten, träumen die Schafe, die Schafe, die Schafe, es ist nicht nur eins, ganz viele. Hier. Die Schafe, oh und die Lämmer. Die Lämmer sind Babyschafe. Sie träumen auch von der Wiese, von Gras. Und sie träumen von diesem hier. Black. Das ist richtig. Das ist Klee auf Deutsch. Das ist Klee auf Deutsch. Klee. Richtig. Sie träumen von Klee, denn Schafe essen Klee. Sie träumen von der Wiese, von Gras und von Klee. Und Tonte flüstert. Oh, was ist flüstert? Seil. Er sagt es leise. Und er flüstert. Psch. Viele Winter und Sommer. Sah. Ich komme und gehe. Geduld. Der Frühling kommt. Bald, 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 nicht jetzt, aber bald. Was ist bald? Bald springt ihr über die Wiese. Ja? Dann huscht. Huscht ist, was eine Maus macht. Eine Maus huscht. Ja? Und Tomte huscht schnell. Er huscht schnell in den letzten Stall. In dem Stall sind Hühner. Was? Was? Chicken. Das war so gut. Chicken. Rooster. Nicht ein Trothart, aber das ist gut. Hühner. Huntington. So, die Hühner schlafen auch. So, wie schläft ein Huhn? Die Hühner schlafen auf einer Stange. Here's aggressive. Oh. Hey, der schläft. Ey. Die Hühner. Die Hühner schlafen auf der Stange. Und Tomte huscht in den Hühnerstall. Und die Hühner gackern leise. Gackern. Und Tomte huscht zu den Hühnern und sagt, viele Winter und Sommer, sag ich kommen und gehen. Geduld. 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 Der Frühling kommt. Der Frühling ist nah. Was war nah? Nah. Das ist nah. Und das ist weit weg. Mir. Mir. Richtig. Der Frühling ist nah. Ja? Dann geht Tomte nicht in einen Stall. Er geht zu dem Haus, zu dem Bauernhof. Und hier steht ein ganz kleines Haus. Und eine Hundehütte. Richtig. Er geht zu der Hundehütte. Hier ist eine Hundehütte. Und in der Hundehütte wohnt der Hund Karo. Karo ist der Hund. Nein, kommt. Und Karo schläft nicht. Karo schläft nicht. Karo sieht Tomte. Tomte. Ja. Das sind die Pfoten. Er liegt auf dem Boden. Ja? Die. Das ist nicht die Zunge. Karo ist in der Hundehütte. Nein, nicht. Und Karo passt auch auf. Karo passt auf das... Das hört sich nicht gut an. Alles okay? Karo passt auf den Bauernhof auf. Ja? Karo passt auf den Bauernhof auf. Wie Tomte. Sie passt auf. Ja? Dass kein Mensch hier etwas Schlechtes will. Der Wichtel und der Hund passen auf. Genau, der Wichtel und der Hund, sie passen auf, dass nichts passiert. Und Tomte spricht auch mit Karo. Karo ist Tomtes Freund. Ja? Karo ist Tomtes Freund. Und Karo flüstert, äh Tomtes flüstert zu Karo. Karo, mein Freund. Der Schnee weht, der Schnee weht im Wind auf deine Hütte. Aber, bald kommt der Frühling. Bald scheint die Sonne auf dein Fell. Fell ist ganz viel Haare. Ein Hund hat Fell. Fuh. Fuh. Die Haare von einem Hund. Ganz viele Haare. Ja? Ein Hund hat Fell. Und ein Affe hat Fell. Ein Mensch nicht. Katze. Ja, eine Katze hat auch Fell. Richtig. Aber ein Mensch nicht. Ein Fisch hat auch keinen. Schiephäuse. Ja? Die haben auch, die haben Wolle. Doch. Die haben Wolle. Ein Hund, ein Pferd, eine Kuh. Ja? Doch, das Fett ist. Und als letztes geht Tomte in den Bauernhof zu den Menschen. Die Menschen schlafen und die Menschen wissen nicht, dass Tomte in das Haus geht. Sie wissen nicht, dass Tomte zu den Menschen kommt. Aber Tomte passt auch auf die Menschen auf. Er passt auf die Menschen auf. Und Tomte pusht auf Zehenspitzen. Auf Zehenspitzen. Auf Zehenspitzen. Auf Zehenspitzen. Geht in das Haus, in den Bauernhof und er geht zu den Kindern. Die Kinder. Hier ist das Kinderzimmer. Die Kinder, ja. Tomte steht am Bett und schaut die Kinder an und denkt, alle Kinder wünschen sich. Sie wünschen sich. Was ist das? Mich? Ja. Ich wünsche mir ein Elefant. Oh mein Gott. Ich wünsche mir... Ein Tiger. Ein Tiger. Ich wünsche mir... Die Sonne. Die Sonne. Ein Dinosaurier. Ein Hund. Ich wünsche mir einen Hund. Eine Katze. Eine Dacke. Eine Katze. Ein Dacke. Ein Dacke. Eine Jacke. Ein Drache. Ein Drache. Ja. Das ist ein guter Freund. Die Universe. Okay. Die Universe. Alle Kinder wünschen sich, mich, mich, Tomte, zu sehen. Die Kinder wollen Tomte sehen. Aber kein Kind weiß, dass Tomte in das Kinderzimmer zu den Kindern kommt. Kein Kind weiß, dass Tomte in das Kinderzimmer zu den Kindern kommt. Sie träumen, sie träumen von Tomte. Aber sie sehen Tomte nie. Sie sehen nicht. Wenn sie wach werden, wenn sie aufwachen, ist Tomte weg. Und so geht Tomte nach Hause. Er geht heim. Heim ist zu Hause. Heim ist das. Tomte geht heim in die Scheune, in seine Ecke, in das Heu. Und da liegt im Heu die Katze. Und Tomte gibt der Katze Milch aus einer Flasche. Ups, das ist aber eine schlechte Flasche. Da ist Milch von einer Kuh. Er gibt der Katze Milch und Tomte spricht mit der Katze. Und Tomte sagt, hier ist Milch. Jetzt schlafe und schnurre leise. Eine Katze schnurre leise und schlafe. Der Winter, hier, der Winter ist lang und dunkel. Und Tomte wünscht sich Sonne und Licht. Und er denkt, viele Winter und Sommer Sag, ich komme und gehe. Geduld. Der Frühling kommt. Aber noch, noch, still, aber noch liegt Schnee auf dem Bauernhof. Es ist kalt, es ist dunkel. Die Sterne funkeln am Himmel und alle schlafen. Alle außer Tomte und Tometot. Und jedes Jahr, jeden Winter und der Hund, Caro schläft jetzt auch. Und der Katze. Und jedes Jahr geht Tomte, jeden Winter, jeden Sommer, jede Nacht zu den Kindern und passt auf alle auf. Stopp. Das Ende. five bisис Christus! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Wir romt...